ja er wollte einfach eiskalt ohnehin aufnehmen der wird uns wieder den kopf abreißen wenn er das hört jaha fürs nächste haus dann ja 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 Vielen Dank. Peace Mood. Ich habe überhaupt nichts dazu gesagt. Ach du, wo das schmiedet. Ach, verdammt. Hm, so du da nacht. Oh, nee. Das war ja nur das Lagerhaus. Und jetzt werden wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 So wie immer, aber ich habe kein Holz mehr. Ich glaube, ich nehme das grüne Holz als Dach. Nein, bis gleich. Sind wir auch schon wieder. Nur? Nur? Ja, ich bin an deinem Haus, falls du kommen möchte. Ja, ich habe das... Ja, ich bin an der... Ja, ich bin an der... Ja, oha. Muss man darauf achten. Oh, bei mir sind alle rot außer Vegetables. Dine. Onions. Rice. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo meine Ho ist. Ho. Ich mache mir einfach eine neue. Fertig. Weil ich wüsste, wie die gehen. Ja. Ja. Hubs. Kein Plan. Äh, minus 34 minus 3500. Also bin ich jetzt gerade. Ah, werde ich zum abenden. Äh, ja. Ja. Timm dir mal zu. Ja. So was sagt die Uhr. Und irgendjemand könnte mir sagen, wo mein ganzes Jute hin ist. Ah, Fiber. Ja, die habe ich gerade geerntet und ich hatte... So, wem mache ich jetzt da draußen? Einen Strick. Was oben links hier. Und unten was? Hä? Wohin? Ah, gefunden. Ah, gefunden. Geht es kaputt, wenn... nichts benutzt? Äh... Wie hoch können Schweine springen? Nee, ich möchte jetzt hier nur ein Schwein einsperren. Na, super. Super. Ich werde was essen. Ja, für mich bitte auch alles. Dank genug. Tschüssi. Tschüssi.